Guck mal, eine Pizzaspinne! Papa, ich glaube, ich weiß, wo man das hinbringen soll. Kannst du die Spinne nehmen? Papa! Du sollst ihn nicht runter schopfen, Mann! Das ist ein Baby! Genau. Ich schätze mal ganz stark, dass dieses Hamsterball-Ding hier gibt's. Lass mal noch in der Bronde-Runde gucken. Stimmt was übersehen? Ich hab hier was übersehen. Ah, guck mal, hier ist auch ein Geschenk. Wo? Hier ist ein Geschenk. Wo, 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 wo. Hier. Ach so, da. Kannst du einsammeln? Ich spammel es auf. Ich mach mich noch mal ein Geschenke-Video. Das Ufo haben wir. Da oben haben wir auch. Ich glaube, wir müssen noch mal in den Shrinking-Raum noch mal. Da haben wir schon was übersehen. 100 Pro, Alter. Was ist mit dem, Alter? I keep ripping. Okay, okay. Papa, kann ich mir in den Gäuel hier und... Warte mal, warte mal, warte mal. Lass mal uns gucken. Vielleicht ist hier irgendwo so ein Hamsterball. Guck mal, hier ist der Hamster. Gibt es hier irgendeinen Ball, einen Hamsterball? Guck mal, ob du irgendwo einen siehst. Oh, Gott, wie geil. Äh? Ist hier irgendwo ein Hamsterball? Lass mal gucken. Wir müssen bestimmt irgendwo mit Shrinking rein. Komm mit. Komm mit rein. Wir müssen bestimmt irgendwo mit reingehen. Warte, Papa, warte. Du kannst jetzt den Knopf drücken. Shrinking. Yeah. So, komm, lass mal gucken. Wir haben ja schon irgendwas übersehen. Wollen wir wieder nach oben gehen? Warte mal, komm mal hier mit. Komm mal hier. Guck mal. Oh, ich sehe dich. Hier waren wir letztes Mal gerade. Hier bei den Stühlen. Ist hier irgendeine... Guck mal hier. Guck mal, hier kann man nicht hochgehen. Ah, komm mit. Wartest du? Klar, komm, kein Aboblieb, komm. Aber wenn man ganz weit entfernt ist von seinem Spieler oder seinem Freund, ähm, dann ist der Kopf unsichtbar. Komm mal mit. Vielleicht finden wir hier oben ein Sieg. Weil hier war man sich vorher noch gar nicht gewesen. Oh, hier sind Schlemmer. Er kann wieder hochspringen, genau. Wow. Du hast die Sprung, dann hast du die Rückteilten, ne? Bin drauf. Ich auch. Ah, guck mal, was ist denn hier los? Hier kannst du Damen spielen, nicht das Brettspiel. Aber das ist so. Guck mal, hier ist eine Spinne. Hier, auf die Pizzastück. Hier, das ist eine Pizzaspinne. Ich glaube, ich weiß, wo man das hinbringen soll. Guck mal, eine Pizzaspinne. Papa, ich glaube, ich weiß, wo man das hinbringen soll. Kannst du die Spinne nehmen? Papa. Du sollst ihn nicht runterschopfen, Mann. Das ist ein Baby. Ah, du, ich weiß. Wir sind da vorne hier gelaufen. Da war da auch so eine Spinne, glaube ich. Ja. Lass ihn mal mitnehmen. Warte mal, was steht denn da? Warte mal, sie sagt was. I've seen a lot of teeny. Okay. Kann man hier was machen? Ach so, sie sagt, sie will zu seiner Mutter wieder zurück. Ich glaube auch. Mehr Mamsgaugentümer. Ja, wir müssen die zur Mutti bringen. Hast du recht? Komm, ich komm mit. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wo die ist. Ich bin nicht so gut geworden. Na, komm runter. Alter. Auf. Ich weiß. Wir sind da vorne hier in diesem kleinen Loch gegangen. Da vorne. Weißt du das noch? Ja, da oben, ne? Wir müssen da nämlich von dem Professor hier rüber, ne? Auf jeden Fall. Wir müssen die Spinne nehmen. Ich schwöre, ich habe dich vorhin ein paar Geräusche gehört. Da war ich die Riesenspinne. Da habe ich euch letztens schon gehört, Alter. Komm mit. Ich habe dich schon mal entdeckt. Und sie hat gesagt, it's to me, it's to mom. Genau, die wird zur Mami. Und sie hat noch gesagt, I'm sorry, my baby is going. Genau, richtig, richtig. Komm, weil ich glaube mich hier. Lass mal hier reingehen. Das hat sie glaube ich gesagt, die Mutter. 100% war das hier. 100% genau. Guck mal hinten durch. Ja, 100% war es bestimmt hier. So, du hast doch letztes Mal, sind wir doch oben durch das Loch gegangen. Und ganz oben war auch nochmal was. Haben wir voll vergessen. Guck mal, hier sind wir überall Spinnen lieben. Das ist nicht richtig. Guck mal. Wir müssen jetzt hier hoch. Genau, schaffst du das? Ich glaube, da war nämlich so eine Tür und da war so eine Spider-Man. Das musst du hier rüber springen. Schaffst du das? Ja. Ja. Easy. Easy. Okay, wieder hoch. Da sind wir da vorne. Genau. Halt, halt. Da waren wir so vorne reingegangen. Und guck mal, da hinten ist noch ein Stein rum. Guck mal. Lass mich hier nach hinten springen. Zum letzten Balken nach links zur Wand. Rüber. Ja. Und jetzt gerade auslaufen. Ja. Oh Gott. Ja, okay. Ah, weißt du was? Ich glaube, was machst du denn da? Wir müssen hier lang. Hier hoch. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass wir da lang sind? Weißt du, was es glaube ich ist? Ich glaube, das ist ein Spider-Outfit. Weißt du noch? Das ist das Bild. Ja, das weiß ich noch. Ja, aber... Oh mein Gott, Papa, ich bin fast runtergefallen. 100 Prozent. 100 Prozent. Guck mal, da vorne ist eine Sekretür. Aber wenn ich nicht mal da hinbringe? Wir machen das zusammen. Komm, wir kriegen beides Secret. Okay. Wow. Guck mal, hier. Hier ist die Tür. Mach mal auf, bitte. Papa, kann ich die Spider halten? Mach mal die Tür auf. Ich will die Spider halten. Geh mal rein. Ist doch egal, wer die Spider hält. Nein, ich will die Spider halten. Guck mal, hier ist die Spinne. Guck mal. Thank you so much for finding her. Steht das auch bei dir? Ja. Ja. Ich habe das Spider-Outfit. We are going made with jumper. You are kind of wobbly. Yeah. Spider-Outfit Secret. Nice. Was, was wollen wir uns anschauen? Ja, warte mal. Ist hier noch was? Warte mal. In den Raum. Cool, Alter. Ich habe es gewusst. Hier ist irgendwas, ey. Ich habe die letztes Mal schon gesehen. Oh, guck mal. Ich bin da ins Bologen. Spider-Outfit. Lass bitte doch mal hier reingehen. Spider-Outfit. Komm, wir gehen doch mal hier runter zum Loch. Lass mal gucken. Aber cool, dass wir das Spider-Outfit haben, oder? Ja, mega. Einfach mal nebenbei entdeckt. Weil die kleine Spinne kam mir übelst bekannt vor. Boah, cool. Warte, hier gibt es... Aber hier ist ein Aufschuh. Guck mal da. Wo? Wir haben einen Aufschuh gefunden. Guck hier. Da drüben. Stimmt. Lass mal hingehen. Nice. Sehr gut. Okay, komm. Hier ist ein Lolli. Ah, sehr gut gesehen. Wo sind wir jetzt? Ah, bei der Weltkugel. Hab ich doch gesagt, er ist gesungen. Okay, lass mal gucken. Vielleicht gibt es hier was. Oh, hier ist noch eine Mikrowelle. Und hier ist ein Leiter. Okay. Guck mal, da war letztes Mal den Professor gerettet. Und hier sind nämlich die Bücher. Ah, okay. Cool. Hier ist ein Geschenk übrigens. Hier ist ein Geschenk. Willst du es holen? Oder später? Hier unten wäre es. Nee, würde ich später holen. Okay, wir machen das zusammen noch ein Geschenke-Video. Genau. Guck mal, wer denn hier ist der... Ist der Hamsterweil? Oh, hier steht wirklich was. Warte mal. Kannst du uns mal durchlesen? Ja. Rück dir mal. Guck mal, nein. Du sollst erst mal vorlesen. Äh, eat ist einfach nur so ein bisschen Klima-Change. Eat gesund, viel Wasser trinken und so weiter. Drück mal den Knopf. Hallo? Oh. Der brennt? Ah, guck mal hier, guck mal hier. Hier ist Wasser und Feuerwehrschlauch. Wir müssen die Erde löschen. Genau, wir müssen die Erde retten. Cool. Feuer löschen. Yay. Machst du sehr gut. Da unten ist noch ein Feuer, genau. Ah, jetzt haben wir einen neuen Head. Den Erdenhut haben wir jetzt. Okay. Wollen wir jetzt... Wollen wir jetzt runterspringen? Ja. Komm, wir müssen irgendwo das Hamsterrad finden. Irgendwo muss das hier sein. Ah, nein. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Komm, jetzt haben wir eine Spin-Secret. Irgendwann haben sie mit oben sich ein offener Schrank. Was ist das hier? Ist hier noch was? Nee, hier ist nichts. Ist das in den Schränken irgendwas? Ich guck grad mal nach. Da ist ein Glas Wasser. Da ist Medizin. Hier waren wir. Papa, ich hab... Äh... Ah, guck mal hier. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wo? Hier, guck mal hier, über die Bücherregel. Guck mal hier. Hier ist ein kaputter Ventilator. Guck mal da. Da kannst du unten rechts in die Lücke rein. Ja. Komm, lass doch noch einen Schrank. Komm, wir will ich mal kurz checken. Das ist eins, wo wir nicht waren. Komm, komm. Natürlich. Komm mit, komm mit. Willi, war rein. Alter, sind wir gut, ey. Ich will raus. Meinst du, das geht, das müssen wir nach rechts, glaube ich, ne? Ja. Hier. Hier. Hier haben sie schon. Genau da, genau da. Guck mal, da muss... Da kann man bestimmt irgendwo hoch. Ja, guck mal, da kann man hoch. Nice. Da ist bestimmt was in der Klimaanlage. Hundertprozentig. Komm, wir gehen mal gucken. Der dreht sich. Was ist? Der dreht sich. Ja, ja, ich weiß. Aber trotzdem, da muss irgendwas sein. Papa, da auch. Ich glaube, das ist besser, wenn einer erst läuft. Okay. Da müssen wir bestimmt irgendwie was reinstecken. Guck mal. Hier ist die Nadel. Ich geh mal mit. Vielleicht musst du die mitnehmen. Hundertprozentig muss man das machen. Guck mal, hier ist der an. Wollen wir mit? Ich muss es da reinstecken. Ja. Aber der pustet dich immer weg, wenn du ganz nah gehst, Papa. Komm nicht. Alex, komm nicht. Komm nicht hoch. Jetzt nicht. Der pustet mich immer weg. Ah, guck mal, da hinten ist was. Das sind so Moschel. Ja. Ich kann da durch, Alter. Nein, das sind diese Bälle. Guck. Ja, das sind die Hamsterbälle. Aber wie soll ich jetzt da rein? Äh. Aber das ist ein Button. Ich sehe ein Button. Guck da unten hier. Warte, warte. Ich komm nicht. Mist. Hier unten ist ein Button. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Drück den. Ah. Los. Los, drück den Button. Ah. Schieb mich durch. Ja, warte. Ich hab's. Ich hab's. Ja. Hilf mir. Ich hab's. Hilf mir. Ja, ja, ja. Ah. Ich hab den Button gedrückt. Ah, sind wir klug. Komm mal hier. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich hab's gesagt, dass wir den Button drücken müssen. Guck mal, hier steht noch Hamsterbolts. Hier steht's. Hamsterbolts. Null. Was für ein Zufall, dass wir die gefunden haben, oder? Ja, mega nice, Alter. Mega Zufall. Boah, cool, ey. Ja, stimmt. Das ist ja aus. Nein. Komm, holst du den Hamsterbol. Papa, kann ich? Da sind drei Stück da. Kann ich auch noch kommen? Natürlich, komm. Alter. Ja. Unlocked Hamsterbol. Papa. Das sind vier. Los. Jetzt können wir um die Wette hamstern. Ah, steck fest. Alter, super nice. Ah, der war. Nein, nein. Papa, wartest du unten auf dem Bullen? Auf jeden Fall ist er schneller unterwegs, ey. Ich glaub, den kannst du jetzt auch mal abrufen in deiner Telefonzelle, glaub ich. Ja. Alter, guck mal. Oh, Hilfe. Lol. Oh, ich bin auf dem Hamsterbol rausgeflogen. Nein, Hamsterbol. Bug. Es ist ein Bug. Hilfe. Hilfe. Was passiert mit mir? Wow. Okay. Und, ist lustig? Kaboom. Ja, habboom. Aber ganz so krass ist das auch nicht, wa? Wenn du so läufst. Dann überschlägst du dich, weil du so schnell bist. Aber schnell ist man. Ja. Los, schlag die Tür auf. Okay. Geht nicht. Wollen wir wieder groß werden? Ja, ich glaub, wir haben alles hier gefunden. Geil, Alter. Ganz alleine. Super nice. Komm, wir gehen mal kurz zum Start. Hast du recht? Respawn. Zack. So, komm. Jetzt lass uns mal gucken, ob wir eine Teenfone zu den Hamster, ähm, und ich will mich umziehen. Komm. Papa, kann ich mich? Wollen wir uns? Ich zieh erstmal das Spider-Outfit an. Echt auch, Alter. Ah, hier ist es. Okay, perfekt. Kann man sich umziehen komplett. Spider. Das ist, das ist blöd, Alter. Ihh, ich hab das Spider-Outfit. Wie hässlich. So, wo ist die Spider-Dings? Habt der ohne Hose? Ich glaub, es gibt keine. Keine Spider-Hose? Oh, das hätt ich auch ein bisschen cooler vorgestellt. Ja, aber ich, jetzt zieh ich mir den, 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 den Raumhut an. Ist das blöd, das ist immer den Spider-Outfit. Oh, gut, nice. Was hättest du dir an? Den, 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 den finde ich nicht. Doch, unten rechts ist der. Ganz unten rechts bei den Hut. Ganz unten rechts die Weltkugel. Ah. Da siehst du. Ich hab mir den irgendwie anders gemacht. Ist das hässlich? Ich hab mir den irgendwie anders gemacht. Oh, Mann. Sieht mir kacke aus. Okay. Also, nimmst du die Bombe? Die sind Outfits, aber ich hol mir zum jeden Fall noch mal einen Propellerhut. Aber geiler Outfit, oder? Ja, die Spinne ist witzig, aber das Jetpack ist leider... Wirklich, das muss man einfach haben. Oder Jetpack geht gar nichts mehr. Papa, guck mal, wie ich aussehen. Du bist eine folgte Weltkugel. Yay. Komm, lass mal raus. Lass mal einen Ufo schnappen. Und lass mal gucken, ob wir den Hamsterball auch draußen sporen können. Papa, darf ich mir den zuerst holen? Ist doch egal, wer zuerst Ufo hat. Ich wäre auch Ufo. Hallo, ich wäre auch Ufo. Ey. Wo ist mein Ufo? Ich glaube, den musst du dir neu holen. Na, ist egal. Flieg mal. Geh mal zur Telefonzelle und guck mal, ob wir uns da so ein Hamsterball bauen können, bitte. Wo ist eine Telefonzelle überhaupt? Wo ist sie da zu Hause? Achso, nee. Da ist auch eine Telefonzelle da. Ah, das sind die Secrets. Okay, nice. Die haben wir echt gut gelöst. Die haben wir super schnell, Alter. Crazy. Und hier sind wir da. Papa, ich habe zwei Arme. Zwei Klinik. Ja, ich weiß. Du bist doch eine Spinne. So, guck mal, ob du da den Hamsterball spawnen kannst. Ja, habe ich. Ja? Das ist blöd, Alter. Ja, gröner als ich. Oder es gibt eine Limousine, gibt es noch, ne? Ja. Oh, Leute, wir haben den Hamsterball gefunden. Das ist eine Limousine. Richtig nice, Alter. Fragen mich eigentlich, wo die Limousine gibt. Papa. Wo die Limousine ist? Ja. Kann man mit den Hamsterballen über Wasser laufen? Wollen wir mal probieren? Ja, ich glaube schon. Wollen wir mal rauskommen? Komm, wir gehen mal zum Hafen. Wo ist denn hier Wasser? Hier, komm mal ran. Nee. Ich weiß schon, wo Wasser ist. Ist bei den Ebers Neues, beim Train? Nee, komm mal zu mir. Ah, guck mal. Ah, lol. Ich seh dich nicht. Hier, ich bin hier. Komm, ich will jetzt kurz zum Hafen fahren. Papa, ich geh ja zum Wasser. Ich geh grad zum Wasser. Wie gehst du zum Wasser? Bei dieser Strandhaus vielleicht bin ich grad. Okay. Okay, der Hamsterball ist schon witzig. Man ist auf jeden Fall ein bisschen, glaube ich, schneller unterwegs. Mama, ich kann über Wasser gehen. Ja? Ja. Oh, warte, ich komm zu dir. Wie krass ist das denn, Alter? Du kannst über Wasser gehen mit dem Hamsterball. Alter, wie cool. Juhu. Weber, müsst du voll schnell unterwegs, Alter. Wow. Man kommt hier einfach so runter. Oh, man kann über Wasser. Ist ja lustig, Alter. Aber wollen wir mal gucken, wo die Limousine ist? Ich weiß auch nicht, wo die ist. Ich glaub, die muss hier irgendwie in Woppy Lifetown versteckt sein. Kann man mit dem Bane auch eine Mauer hochlaufen, lieber? Ne. Ne, kann man leider nicht. Okay. Leute, super witzig. Wir haben jetzt hier den Hamsterball gefunden. Den kann man auch draußen spawnen. Mega nice. So, Leute. Habt gesehen. Jetzt haben wir das Zügel rausgefunden mit dem Spinnenkostüm. Wir haben das Hamster, den Hamsterball entdeckt. Alter, richtig krass. Und die Weltkugel hier. Alles in einem Video. Richtig nice. Und ich würde sagen, damit haben wir so ziemlich schon die vielen neuen Secret-Dschungel geknackt. Und mit dem Hamsterball mal gucken. Also eigentlich ist der ganz nice. Aber irgendwie ist der auch wieder nicht so nice, wa? Wieso denn? Ich weiß, man ist da so ein bisschen... Ich dachte, das wäre viel schneller. Okay. Leute, das war das Secret. Ihr habt gesehen. Wir haben jetzt hier einmal das Spinnenoutfit gefunden. Plus den Hamsterball. Richtig, richtig cool. Ja, vielleicht mache ich daraus zwei Videos mal gucken. Auf jeden Fall. Secret ist gelöst. Einmal die Spinne. Zwiebel ist gelöst. Einmal mit dem Hamsterball. Meine Arme. Meine Pfeifen. Genau. Das heißt, Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bleibt uns treu. Bredet sich ein Abo und ein Like dazu lassen. Weitere coole Videos. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich möchte, dass du Tschüss sagst. Nein. Nein. Sag Tschüss jetzt. Sag Tschüss. Steve Fox. Komm her. Komm her. Zum Papa. Hey. Nein. Ich bin dein Papi. Hör auf. Ich bin dein Papi. Ich bin drin. So Leute. Spaß zur Seite. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.